Ein eigenes Projekt Wirklichkeit werden lassen. Mit viele schaffen mehr, wird's leicht gemacht. Mein Name ist Oliver Windus. Ich bin der erste Vorsitzende des Fördervereins der Kindertagesstätte Kunterbund. Wir kümmern uns als Förderverein hauptsächlich um die Außenanlagen des Kindergartens. Auf dem Spielplatz der Kita sollte eine Außenwerkstatt für mehr Bewegung und Kreativität entstehen. Das Anlegen des Projekts ist ganz einfach, denn ein übersichtliches Interface führt Sie Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess. Sie können dabei auch jederzeit eine Pause einlegen, um zum Beispiel noch Fotos zu organisieren, die dann zu einem späteren Zeitpunkt hochgeladen werden. Während der Entwurfsphase ist Ihr Projekt nur für Sie sichtbar. Erst wenn alles komplett ist, schalten wir es für die Öffentlichkeit frei. Unterstützung und hilfreiche Tipps, wie Sie Ihr Projekt optimal präsentieren, geben wir Ihnen jederzeit gerne. Die Volksbank hat uns immer wieder Tipps gegeben, hat uns angerufen, wir hatten einen Betreuer, der uns permanent zur Seite stand. Am wichtigsten ist aber, dass Ihr Projekt so bekannt wie möglich wird. Die Erfahrung zeigt, je größer die Aufmerksamkeit, desto schneller steht die Finanzierung. Für jemanden, der ein Projekt starten möchte, ist es, denke ich mal, unerlässlich, permanent dran zu bleiben. Aktiv zu bleiben und nicht zu sagen, wir sind jetzt online, jetzt sollen die Leute kommen und spenden. Das funktioniert nicht. Es funktioniert nur, wenn man sich bewegt, wenn man unterschiedliche Medien bedient. Wir haben eine Webseite aufgelegt, wir haben eine Facebook-Seite aufgelegt, so viel wie möglich im privaten Umfeld, im beruflichen Umfeld Netzwerke auch zu aktivieren, Leute zu informieren. Wir haben die Zeitung eingeschaltet. Facebook hat bei uns sehr viel gebracht. Viele Eltern sind da, haben darüber auch noch viele Informationen bekommen, verteilen auch die Beiträge weiter in ihr eigenes Netzwerk. Das heißt, die Streuung der ganzen Geschichte funktioniert über die sozialen Netzwerke wirklich richtig gut. Sobald die ersten Beträge eingehen, unterstützen wir sie als Bank zusätzlich mit dem Co-Funding aus unserem Spendentopf. Ja, die Volksbank könnte auch sagen, ich komme und spende 1000 Euro für den Kindergarten. Aber in dem Fall ist es so, wir spenden, wenn ihr was dafür tut. Ich finde das eigentlich eine gute Idee. Und ich glaube, das ist auch das richtige Zeichen. Geld ist nicht da. Die Kassen bei Kommunen, bei den Trägern der Kitas sind eigentlich fast überall leer. Es ist ein Zeichen dafür, man kann Geld reinholen, wenn man sich bewegt. Und das Beste ist, durch viele Schaffen mehr können größere Projekte realisiert werden, als es bisher mit der einfachen Spende möglich war. Durch die Kraft der Gemeinschaft kommen mit vielen kleinen Beträgen am Ende größere Summen zusammen. Und nicht selten werden Projekte sogar überfinanziert. Der beste Moment war, als wir unsere Wunschsumme zusammengekriegt haben. Morgens, man guckt mal rein und sieht, wir haben zweieinhalbtausend Euro. Wir haben das Spendenziel erreicht. Ab jetzt, alles, was jetzt reinkommt, ist Luxus. Ganz egal, ob Klettergerüst, Teambus, Parkbank oder ein Kühlschrank für den Jugendclub, realisieren sie ihr Projekt mit Viele schaffen mehr. Was wollen Sie erreichen?